Ihr denkt doch, wir sind alle Bombenleger, oder nicht? Nein, 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 wenn ihr so jemand wie mich seht, denkt ihr sofort Bombenleger, oder? Ja, das denkt ihr. Ich denke das nicht. Soll ich also kein Bombenleger sein, wenn ihr mich so behandelt? Maschallah, Bruder. Ja, Maschallah. Yeah. Ich bin Mujahideen und ihr werdet gleich sehen, wie das Ding explodiert, damit ihr es kapiert. Voll wie Tupac sagt, Alter, wenn er stirbt, lebt er weiter. Im Paradies ist er frei und ihr endet als Brei. Allahu Akbar! Spinnst du, Alter? Maschallah, Bruder. Was? Ja, was denn? Nur weil ich Moslem bin, dachtet ihr es wäre echt. Ja!